Das Anfangssätzle, komm ich lese es euch vor. Liebes Kind, hör mal her. Lesen und Schreiben ist dir schwer. Ein paar Tipps will ich dir geben und am Ende ist es unser aller Segen. Wenn nur einer davon dir entspricht und auf Lesen und Schreiben ändert sich deine Sicht. Weil oft sagen sie, ja so toll Schule, aber wenn es dann losgeht mit dem Lesen und Schreiben und es ist so mühsam das zu lernen mit dieser Fingerfertigkeit, da tun sie sich ja noch schwer, geistig werden sie ja schon viel weiter. Da ist es natürlich das Beste, was man einem Kind tun kann, ein Malbuch für diese Buchstaben, damit sie sich schon kennenlernen, damit sie sich schon anfreunden, damit sie es verbinden mit Spiel und Spaß und Freude. Und ja, nachher geht es einfacher. Und übrigens, bleibt dran, ich muss euch wichtiges Erzählen überschreiben mit der Hand beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.